Jetzt ein Feuertopf mit weißen Blinkern. Jetzt ein Feuertopf Kamuro Gold. Und als letztes ein Feuertopf Orange mit Kamuro Fuchsia Blinkkomet. Also ich würde sagen, roundabout ein sehr, sehr schöner Artikel von der Firma JGW. Wir sprechen hier über einen Artikelpreis von, ja, ich denke mal so um die 5 Euro pro Stück. Sie sind noch nicht genau kalkuliert, aber ich denke mal in dem Bereich 5 Euro, 5,50 Euro werden Sie sich anzetteln. Vielen Dank.